Hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog, mal seit langem wieder ein Reise-Vlog. Wir haben eine längere Zeit keine Reise mehr gemacht, Grund Corona, hallo. Jetzt ist Corona ein bisschen auf dem Rückzug und wir fahren, wir machen einen Roadtrip quer durch Germany und ich nehme euch oder wir nehmen euch ein bisschen mit, ich bin übrigens bei meiner Frau und meinem Sohn und wir fahren als erstes, wir starten in unsere Heimat Südhessen, fahren nach Bayern, nach Fürth-Nürnberg in die ehemalige Gegend eines Drachen und besuchen dort Freunde und schauen uns Fürth an, die Gegend. Danach fahren wir ins Große B in die Hauptstadt Berlin. Dort besuchen wir ebenfalls Freunde und wir besuchen die Heilstätten in Belitz, vielleicht sage ich auch was zu dem Film Heilstätten. Oder zu dem Film Paar und Demons. Ja, wir schauen uns Berlin an. Danach fahren wir nach Nordrhein-Westfalen, ein kleines Café. Dort haben wir eine private Familienfeier und danach fahren wir nach Köln. Dort treffen wir vielleicht einen Prominenten. Ich weiß es noch nicht genau. Prominenten. Und danach geht es in die Heimat und ich möchte euch einfach ein paar Eindrücke zeigen, was wir so erleben, was wir so sehen. Wer sich nicht so für Reise-Vlogs interessiert, dann könnt ihr wahrscheinlich nichts finden, aber wer weiß, vielleicht treffen wir einen Prominenten. Und Belitz Heilstätten, das ist bestimmt cool. Also bleibt dran, bis gleich. Also wir sind hier gerade in Fürth, eigentlich mehr in der Innenstadt. Und hier ist eine wunderschöne Kirche und ein Park, ein großer, mitten in der Innenstadt. Wirklich sehr sinnig. Für Touristen wie wir ist das perfekt. Und mein Sohn hat viel Spaß, der haut nämlich gerade ab. Also Fürth in Franken. Ich dachte eigentlich ziemlich spießig, aber bis jetzt hat die Stadt einiges zu spießen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Horrormythen. Nein, wir befinden uns nicht im Jahr 2004, sondern 2022. 2014 meinte ich. Horrormythen? Ich kann es nicht lassen. Wer weiß. Ich befinde mich hier in New York vor dem Dakota-Gebäude. Aber nein, eigentlich sind wir nur entführt. Aber es sieht hier gerade mit der U-Bahn-Station genauso aus, wie das Haus, wo John Lennon in New York erschossen wurde. Ich hier im Vergleich. Fast schon etwas klischeehaft, in Bayern besuchen wir jetzt hier in der Nähe von Fürth einen Bauernhof. Aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu, wenn man in Bayern ist. Das war, nein, das ist sehr klischeehaft. Aber wir mögen Bauernhöfe und deswegen schauen wir uns das hier an. Die rosa Kupen übrigens. Und ich glaube, hier hinten ist irgendwo Leatherface. Ich glaube, das war, das war eine Sonnenblumwelt. Sehr interessant, hier ist auch ein vollautomatischer Melkapparat, wo die Kühe sich selbstständig anstellen. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Die Kühe stellen sich an. Eine wird gemolken. Das ist fantastisch. Wow. Wow. Wir sind jetzt unterwegs zu unserem zweiten Ziel des Roadtrips. Und zwar Berlin, die Hauptstadt, die ich sehr liebe. Wir wagen zuerst öfteren Tour in Berlin und es gibt noch etwas Neues zu sehen. Wie ich es, glaube ich, schon erwähnt habe, werden wir auch Heinstetten, was 50 Kilometer vor Berlin ist, besuchen. Und Berlin ist auf jeden Fall immer ein Besuch. Wir fahren übrigens durch extrem viele Bundesländer. Da ist mir aufgefallen, wenn ich lustig bin, brenne ich mal ein, so ein Counter durch welches Bundesland wir alles gefahren mit diesem Roadtrip. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Aber jetzt auf nach Berlin, 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 yeah. Bis zum nächsten Mal. So, wir befinden uns jetzt an einem Ort, den ich ziemlich geil finde. Nämlich in den Beelitzer Heilstätten. Ja, dort wurden schon so bekannte Filme gedreht wie Heilstätten und Paranormal Demons. Wo ich glaube, dass Heilstätten gar nicht 100% hier gedreht wurde. Ja, ich werde gleich noch ein bisschen mehr über diesen Ort reden. Aber ich glaube, die meisten wissen, kennen diesen Ort. Und den schauen wir uns doch jetzt mal etwas genauer an. Ziemlich geil. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt noch nicht lange hier und Heilstätten ist wirklich bedrückend, beeindruckend. Da vorne, ich habe ihn gesehen, eindeutig. Da vorne war er, der Pestdoktor. Ich habe ihn gesehen. Könnt ihr ihn sehen? Ich spüre seine Essenz irgendwo da drin. Ich habe mich tatsächlich eben wirklich erschrocken, als ich das hier gesehen habe, was da hinten steht. Wenn ich jetzt hier vor Heilstätten bin, könnte ich hier nochmal ein paar Worte reden über die zwei Filme, die hier gedreht wurden. Heilstätten, ein deutscher Film aus dem Jahre, ich blende es ein, ich habe es vergessen. Regie, ich blende es ein, ich habe es vergessen. Aber der hat, glaube ich, auch Kartoffelsalat gedreht. Und Parnell Demons, ein Found-Footed-Film aus dem Jahre, ich blende es hier unten ein, Regisseur war David Brückner. Ich finde beide Filme, Heilstätten ist auch Found-Footed übrigens. Ich finde beide Filme recht bescheiden für diese geile Location. Heilstätten nimmt sich Gott sei Dank nicht ganz so ernst. Was ich ganz gut filme, generell ist es aber kein guter Film. Ein paar Mal Demons ist so voller Klischees und abstruser Story und Charakteren, die lame sind, dass es etwas wehtut. Beide Filme sind nicht, meiner Meinung nach, nicht gut. Okay, wir sind hier im Alpenhaus und dem alten Marauder wird langsam ganz schön schwindelig und schlecht. Hier wird es doch ganz schön, aber es hilft viel zu fotografieren und euch YouTube-Zuschauern mit langweiligen Impressionen zu langweilen. Ich hoffe nicht, dass es langweilig ist. Nein, es geht. Wer hier ein bisschen Höhenangst hat, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist alles gut, es ist alles sehr sicher. Es wackelt ein wenig, ja, aber ansonsten ist es nicht so schlimm. Wer natürlich starke Höhenangst hat, den würde ich das zweimal, der sollte sich das zweimal überlegen, diesen Pfad hier zu gehen, hier oben. Aber das Gute bei diesem Baum- und Zeitpfad ist, man muss ja diesen Wipfelfad hier oben nicht machen. Das ist ja alles freiwilliger Natur. Man kann auch unten sich die Heilstätten angucken, aber die Perspektive hier oben ist einfach einmal. Ich bin gerade aufgewacht und habe festgestellt, dass mein Quartier jetzt nicht so schwindelsfrei ist, wie ich gedacht habe. Ich bin hier auf irgendeiner Hängematte, riesen Hängematte. Auf jeden Fall ist das nicht gut für Leute, die Schwindel haben. Und ich habe mir gerade gedacht, vielleicht war es doch nicht eine gute Idee, für ein Video hier drauf zu gehen. Jetzt muss ich mich ja wieder runter. Ja, das ist echt ein bisschen grenzwertig, aber auch cool. Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade da lang gehen. Und die Tür ist irgendwie... Hallo? Wir sind jetzt hier im mittlerweile dritten Hotel. Wir sind hier irgendwo in der Provinz. Wir haben hier eine Familie gefeiert. Und ja, das ist ein Schoko-Buchhotel. Ja, ich wusste gar nicht, dass NRW auch eine ländliche Gegend hat. Das war, glaube ich, etwas. Sorry für alle, die im NRW wohnen. NRW ist nicht nur Industrie, Kohle, sondern auch schöne Fleckchen. Wie dieses Hotel. Jetzt sind wir auch schon... Last Place. Am letzten Punkt unserer Reise quer durch Heildeutschland, Köln. Schöne Stadt. Wir hausen im Park Inn. Ziemlich cool. Boah, teuer geht so. Ja. Und wir laufen jetzt mal im inneren grünen Gürtel. Aber morgen wollen wir versuchen, einen Prominenten zu treffen. Ich weiß doch nicht, ob das klappt. Und Treffen bedeutet vielleicht auch nicht Treffen. Ihr werdet schon sehen. Denn das Park Inn ist ganz in der Nähe von diesem Prominenten. Eigentlich sind es sogar mehr. Mal schauen. Wir befinden uns jetzt auf dem Miladenfriedhof in Köln. Irgendwie Ende des... Meistens, was wir irgendeine Reise machen, dass wir auf den anderen Friedhof landen. Also ich finde vor allen Dingen ältere Friedhöfe mit einer längeren Geschichte unglaublich faszinierend. Die alten Gräber, all die Geschichten, all die Menschen, die hier liegen, was die wohl erlebt haben. Und generell Friedhöfe sind wirklich sehr, können sehr interessant sein. Der Beeindruckste, den ich bis jetzt besucht habe, war natürlich in Paris, Père Légeuse. Und ja, natürlich muss man hier auch respektvoll mit allem umgehen. Das ist vollkommen klar. Hier liegen auch einige Prominente. So Leute wie Heinz G. González, Alfred Biolik, Willi Müllerich, wo ich festgestellt habe, dass den keiner kennt. Außer mir, wie es aussieht. Schau mal, bin ich echt ziemlich alt. Schau mal, bin ich echt alt. Schau mal, bin ich echt alt. Schau mal, bin ich echt alt.